Und herzlich willkommen zurück, euer Rubbelkaiser ist wieder am Start zu Lucky Monday. Ja, wir suchen das Glück mit 2,25 Meter fetten Jahren. Das Los muss ich noch wegrubbeln, weil der Kiosk hat es vergessen zu rückschicken, ja. Ich muss ihn leer kaufen, ja, weil sonst muss er das selber zahlen und rubbeln. Naja, schlecht. Außerdem will ich es ja kurbeln. Wer weiß, was in den letzten Losen davon noch drinsteckt, ja. So, wir haben das Henren 2-Rennen zweimal und die Schatztruhe. Also ähnliche Rubbelkonstellationen wie im letzten Sonntag. Aber, wir sind guter Dinge und wir wangen mit dem Meo 25 fetten Jahren an, ja. Wir haben in den letzten Jahren nichts rausgeholt, leider. Und ich denke, in dieser Folge wird das ein bisschen besser werden. Na, wie schaut es mit dem Fokus aus? Ich glaube, ist vorhanden. Wir suchen drei gleiche Zahlen. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Ich freue mich schon auf das neue Los davon. Es soll ja eins rauskommen. Wir haben zweimal die 20 und einmal die 10. Meistens habe ich hier die 20 nur mit den Glückssymbolen. Huhuhu, Lucky Monday. Haha, du bist einfach der Geist, der Lucky Monday. Wir haben schon 20 Euro gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber wir haben da immer die 20 Euro. Huhuhu. Eieieiei. Und das ist Spiel Nummer 1, Leute. Spiel Nummer 1, das fängt mit 20 Euro an. Huh. Spiel Nummer 2. Nur noch 10 Euro, dann haben wir Lucky Monday wieder im Plus. Zwei Folgen hintereinander. Huhuhu. Es ist noch nicht so weit, aber ich bin guter Dinge. Zweimal 30. Wenn wir nochmal 30 Euro haben, haben wir 50 Euro. 20. 50. Leider nicht, aber 20 haben wir auf jeden Fall. Und verdoppeln quasi den Lospreis. So. Wir suchen drei gleiche Symbole. Werden aber nicht fündig. Wir haben noch Spiel Nummer 3. In dem können wir noch richtig abstauben. Wir haben hier 10, 50.000 und die 3, äh, 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 50, okay. 1.000, nochmal 1.000, die 10, die 30, nochmal die 30 und die 10.000 für 25. Wir haben hier also die 20 Euro gewonnen. Läuft. Lucky Monday und dieses Los läuft. Mega 25 fetten Jahre. Ich darf dich nur montags hobbeln, glaube ich. Nur montags. Okay, 20 Euro im Betto dieses Lucky Monday. Nun, legen wir ein Hennen rein und los nach? Ja. Wir suchen drei, wir suchen nur Hennen. und fangen Spiel Nummer 1 an. Wir haben hier Hennen, 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 Stopp. Spiel Nummer 2, Hennen, 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 Oh, Stopp, 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 Stopp. Also keine 50.000 und noch keine 500. Spiel Nummer 3, Hennen, 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 Hennen. Uh, Hennen sind du, schön. Spiel Nummer 4, Hennen, Hennen, Stopp, 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 Stopp. Spiel Nummer 5, Hennen, 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 Hennen. Lucky Money! Du bist der Geist! Oh ja! Zwei Händen sind durch. Was haben wir denn noch nicht gewonnen? Die 6 Euro. Wären das 15 Euro? Auf jeden Fall 3. Okay, es werden nur 6 Euro. Aber 6 Euro, das ist schon wieder eine Losverdoppelung. Lucky Monday! Läuft! Wir haben schon 26! Okay. Schatztruhe, haben wir im letzten Sonntag auch nichts rausgezogen. Lucky Monday! Ich mag dich. Wären wir jetzt nochmal einen Gewinn rausziehen, das wäre ein Headrack. Wären wir ein Headrack machen? Wir haben zweimal die 2. Ach, da können wir noch 2 Euro raus, oder? Ja! Und mit Ankündigung, 2 Euro! Uh! Drei Lose! Drei Gewinne! Was will man denn mehr? Europelkaiser! Uh! Wir haben schon... Was haben wir denn schon? 28! Komm, eine Schatztruhe gleich hinterher. Und dann geht's mit dem Händenrennen. Los, weiter! 30.000! 3.000! 2! 100! 100! 2! Wären es wieder 2 oder 100! Wir sind gespannt! Es werden noch einmal 2 Euro! Wir haben den Einsatz des Lucky Mandels heraußen! Wir haben 30 Euro schon mit erreicht und wir haben noch 2 Lose! Lucky Monday! Lucky Monday! Ach, du Lutes, gutes Lucky Monday! So, wir haben noch ein Händenrennen los und die mega 25 fetten Jahre. Wir sind gespannt! Und los geht's! Spiel Nr. 1! Henne! 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 Stopp! Leider nicht! Keine 9 Euro! Wir fangen wieder an! Spiel Nr. 2! Henne! Henne! Stopp! Kann ja nicht sein! Spiel Nr. 3! Henne! 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 Och! Ich dachte, da wären nochmal... Das wäre 25 gewesen! Beinah! Spiel Nr. 4! Henne! 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 Stopp! Okay! Spiel Nr. 5! Henne! Henne! Och! Okay! Das Händenrennen los hat leider keine Gewinnserie durchgeschafft! Okay! Eine Niete! Die erste Niete dieses rubbeligen Montags! An 1 Lose haben wir noch! Die mega 25 fetten Jahre! Ich bin gespannt! Ja, hoffentlich auch! Wir sind... Alles, was wir hier auch rubeln, im Plus! Ansonsten... Sind wir quasi im Unentschieden dieses Montags! Aber wir haben keine Verluste! Das darf man auch nicht vergessen! Wir haben 10! Wir haben hier 30! 50.000! Zweimal schon! Uff! Und noch eine 10! Zweimal die 10.000 für 25 Jahre! Und die 30! Wir haben fast alles doppelt! Bis auf die 1.000! Läuft! Okay! Spiel Nr. 2! Wir suchen wiederum drei gleiche Zahlen! Wir haben schon 21 gefunden! 1.000 zweimal die 10.000! Nochmal die 10.000 aber für 25 Jahre! Die 50! Nochmal für 25 Jahre! Und nochmal die 50! Aber nicht dreimal die 50! Schaden! Im Bonus-Spiel! Wir suchen drei gleiche Symbole! Wir haben ein Boot! Ein Boot! Drei Boote! Was waren nochmal drei Boote? 10 Euro! Leute! Wir haben 10 Euro! Wir sind 10 Euro im Plus! Lacki Mandel! Lacki Mandel! Du bist dein Schatz! Für Sonntag war es recht Pech, aber Lacki Mandel! Werden wir noch weitere 10 Euro oder sogar 40 Euro rausrumpeln? Okay, 40 Euro Abdrecher habe ich noch nie gesehen! Aber vielleicht noch 10 Euro! Oder 50! Gibt es hier 60 Euro? Ich weiß es gar nicht! Bin mal gespannt! Aber leider nicht! Aber wir haben die 10 Euro! Kann man nicht verneinen! Wir haben 10 Euro Gewinn! Das müssen wir uns jetzt noch ein bisschen... Das müssen wir uns jetzt gönnen! Ja? 10! 20! 30! Äh, 40 meine ich! Äh, das waren schon 30! Boah, Lacki Mandel! Du hast das echt mit den mega 25 fetten Jahre! Hut ab! Ja! Und damit haben wir unsere Gewinne rausgerubelt! Mit den Händenrennen und den zwei Schatztrohlen! 10 Euro! Und dies mit dieser wunderschönen Erkenntnis, dass das mega 25 fetten Jahre bei Lacki Mandel so richtig läuft! Würde ich sagen, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren! Euer Ruppelkaiser ist raus und sagt... Dü-dü-dü! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö